Achten Sie darauf, dass Ihre Zunge im Alltag in Ruhe, also solange sie nicht für andere Aktivitäten wie Essen, Trinken oder Sprechen gebraucht wird, so entspannt in Ihrem Mundraum liegt, dass sich das vordere Ende Ihrer Zunge im weiten Teil Ihres Mundes befindet und einigen Abstand zu Ihren Frontzähnen hat. Wenn Sie sich unsicher sind, wie weit der Abstand der Zunge zu den Zähnen sein soll, sollten Sie den Abstand wählen, in der sich Ihre Kiefermuskulatur am entspanntesten anfühlt. Wenn sich Ihr Kieferbereich nun entspannter anfühlt, haben Sie die richtige Ruheposition für Ihre Zunge gefunden. Falls nicht oder falls Ihnen Ihre Zunge in der entspannten Lage zu lang vorkommt, lässt dieses Gefühl nach, wenn Sie Ihren Unterkiefer noch ein wenig fallen lassen. Die beschriebene Zungenruheposition gilt nur fürs Sitzen und Stehen. In der Rückenlage können Sie Ihre gesamte Zunge zusammen mit Ihrem Unterkiefer ganz einfach entspannt mit der Schwerkraft nach hinten rutschen lassen. In der Rückenlage können Sie die Zunge in der Schwerkraft nach hinten rutschen lassen.